Jeder Tag bringt neue Geschichten. Geschichten von Menschen, die etwas bewegen und verbessern. Und die saßen für eine bessere Zukunft. Sieben Millionen Geschichten und täglich wachsen neue nach. Geschichten, in denen jeder von uns eine bessere Zukunft schafft. Für sich und seine Familie. Wir schicken diese Geschichten auf Reisen um die ganze Welt. Und so wird jede einzelne Geschichte Teil einer globalen Bewegung. Getragen von allen, die sich entscheiden, das Richtige zu tun. Es liegt in unserer Hand, die Geschichte von morgen besser zu machen als die von heute. Die Geschichte wächst. Es entstehen Gemeinschaften, besseres Leben, mehr Chancen für alle. Echte Veränderung durch unsere Entscheidung. Größere Geschichten für eine bessere Zukunft. Meine kleine Geschichte ist jetzt ganz groß, weil viele Menschen zusammen eine bessere Welt schaffen. Werde Teil dieser Geschichte. Fairtrade. Nachbar.